So, wir sind jetzt hier mitten auf der Straße, müssen da zum Batscher, dann hoch zum Lumberyard und von da aus ins Theater. Ja, genau. Das Vieh hat mich gerade nochmal eben so getroffen. Ist klar. Ich werde jetzt wieder zigmal auf die Karte gucken müssen. Ich kann es mir einfach nicht merken. Es geht einfach nicht. Ja, jetzt fängt es nämlich schon an. Muss nicht hier irgendwo der Batscher sein? Oh, und Travis ist auch wieder ganz langsam. Ich möchte kein Energy Drink nehmen. Ich möchte, dass du schneller läufst. Komm, Travis. Schaffst du. Okay, das war falsch. Dann eben hier rein. Und ich hoffe, da kommen wir jetzt so durch. Nicht, dass der da drin ist oder so. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Uhu. Okay. Und es wäre ganz schön, wenn wir hier noch was finden würden. Was ist das? Ist das nichts, was er nehmen kann? Das ist... Okay, es ist nur ein Stück Fleisch. Ja. Aber hier konnte man speichern. Genau, das werde ich jetzt auch auf jeden Fall machen. Und zwar hier. Okay. Und ich bin immer noch der Meinung, ich habe viel zu wenig Erste-Hilfe-Kästen oder Gesundheitsdrinks. Damit komme ich so definitiv nicht aus. Das weiß ich ganz, ganz sicher. Aber ich bin eigentlich schon am Anfang doch hier überall rumgelaufen, draußen. Das heißt, so viel kann da jetzt doch gar nicht mehr liegen. Und warum lädt es gerade so lange? Kommt eine Zwischensequenz oder warum? Sie wurde aufgeschlitzt und ausgenommen. Ja, hat sich der Batsche also noch ein Opfer gesucht? Okay. Ja, ich weiß jetzt wie gesagt auch nicht, ob ich hier jetzt noch rumlaufen soll. Weil ich bin der Meinung, ich habe doch schon am Anfang hier was eingesammelt. Und hier ist sowieso überall ein Abgrund. Also wird es doch gar nicht mehr so viel geben. Denke ich mir. Ich gucke einfach mal. Ich laufe hier am Rand. Und vielleicht liegt da irgendwo was. Oder auch nicht. Jetzt muss ich aber nochmal eben gucken, wie ich zu diesem Lumberjahrt komme. Ich könnte jetzt einfach da hoch. Jo, dann mache ich das doch. Lass mich in Ruhe. Spuck mich nicht an. Lumberjahrt. Äh, hallo? Karte? Achso, okay. Ich bin in die Straße gegangen. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Also wenn der Typ jetzt so weitermacht, dann nimmt der gleich einen Energy Drink. Wenn das jetzt hier so weitergeht. So. Lumberjahrt-Schlüssel. Gut. Erstmal die Kamera ändern. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier alles gibt. Gar nichts. Gar nichts? Ach, Travis Lauf. Nichts? Ist das hier jetzt nur ein Durchgang? Das wäre blöd. Oh, das sieht doch so. Sieht aus, als wäre hier was. Aber nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ah, da liegt was. Jemand hat auf die Zeitung geschrieben. Warum hilfst du ihr, Travis? Hast du die Krankenschwester gesehen? Wem helfe ich? Wem denn? Ach, Alessa. Ach so, Alessa. Klar. Ey, hier muss doch irgendwo was sein. Ah, da. Eine Waffe, einen Hammer. Na super, habe ich wenigstens einen Hammer. Guck mich jetzt hier mal raus. Und schon wieder lädt so lange. Warum? Aber hier muss ich mich jetzt umgucken. Weil hier war ich ja noch nicht. Und es könnte ja sein... Nö, das habe ich mal eingebildet, dass sowas war. Aber es könnte ja sein, dass hier irgendwo irgendwelche Sachen liegen. Nämlich da in der Ecke. Oh, drei Sachen sogar. Munition. Eine Kiste. Kann er die Kiste nicht mitnehmen? Doch, eine Kiste. Ja, also mit diesen Kisten und dieser Alkoholflasche werde ich erst kämpfen. Wenn es gar keinen anderen Weg mehr gibt. Gar keine anderen Waffen. Dann kann ich das mal nehmen. Aber sonst nicht so gerne irgendwie. Spuck mich nicht an. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ja gut, ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. Oh mein Gott, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding mich noch kriegt. Ich habe das gesehen, aber... Ich habe nicht damit gerechnet. Da ist Blut. Blut. Auf der Straße. Warum hat sich jetzt hier so... Ah. Ah. Komm. Hebe es auf, Travis. Da liegt noch ein Holzbrett oder so. Gut. Ja, das war gut, hier nochmal herzugehen. Obwohl ich eigentlich in die andere Richtung muss. Sehr schön. Ich denke, wir folgen einfach mal... ...der Blutspur. War da hinten noch was? Nee. Ja, ey. Wie viele sollen denn noch rumrennen? Oh, oh. Travis ist gerade sehr langsam. Und wenn der jetzt nicht rennt... ...dann... Oh! Mein Gott. Jetzt bin ich im Arsch. Gleich am Arsch. Im Arsch. Wie auch immer. Äh. Äh. Scheiße. Scheiße. Wenn hier jetzt nichts mehr ist. Doch, hebe es ganz schnell auf, Travis. Bitte. Bitte, hebe es doch einfach auf. Und jetzt renn. Renn, renn, renn. Und hoff, dass der Dicke dich nicht anbemst. Ja, natürlich macht er das. Aber das schaffst du noch, da eben hochzurennen. Oh, Mann. Schnell rein. Gut, jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwas nehmen. Ach, shit. Ist das jetzt der einzige Gesundheits... Das ist der einzige. Scheiße. Hm. Ja, ich muss jetzt den Erste-Hilfe-Kasten nehmen, weil... Äh, der eine Energy-Drink, der reicht ja gar nicht. Leute, nervt mich nicht mit eurer Munition, bitte. Was soll ich damit? Eine Tischlampe? Ehrlich, was soll ich mit Munition? Das kann ich mal gar nicht gebrauchen. Schraubenzieher. Ja, ja, ist ja schön und gut. Aber irgendwas zum Heilen wird mich um einiges mehr freuen. Oh, 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 was ist hier? Jemand hat auf die Serviette geschrieben. Jemand hat ein Loch gegraben. Geh nach Hause, Travis. Oh, okay. Was ist da? Da liegt doch noch was. Das ist doch Munition, oder nicht? Ah, ich guck mir das erstmal an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dreh nochmal die Kamera, bitte. Ein Monster. Jemand muss es verstümmelt haben. Das Blut ist im ganzen Zimmer verteilt. Ja, sogar an den Winden. Das sieht nicht so schön aus. Gut, dann ist das hier wohl keine Munition. Dann lass ich's einfach... Da noch irgendwas? Ach, das ist dann das besagte Loch. Ach, guckt mal hier. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Wie schön. Aber hier war doch grad noch eine andere Tür. Gucken, ob ich da noch rein kann. Nein. Hier ist auch nix mehr. Gut, dann gehen wir wohl doch durch das Loch. Oder ist da noch was? Nee. Im Boden befindet sich ein Durchbruch. Sieht aus, als könnte ich... Ja, mach einfach mal. Spring einfach mal runter. So wie James das auch schon immer gemacht hat. Genau so kannst du das auch machen, Travis. Ah, da ist der Briefkasten des Apartments 213 quillt über. Sieht aus, als sei die Post seit Wochen nicht mehr abgeholt worden. Ja, ich glaub, das brauchen wir später. Also, dass wir wissen müssen, dass das in Zimmer 213 war. Ist hier noch was? Nein. Gut, dann gehen wir doch mal nach draußen. Gut, dann gehen wir doch mal nach draußen. Gut, dann gehen wir doch mal nach vorne. Wie schön.